Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu einem weiteren Video für den Supertest für World of Tanks und das was ich euch heute zeige ist jetzt nicht unbedingt neu denn das haben wir ja schon vor ungefähr zwei Wochen gesehen, dass Prokhorovka, Ruinenberg und Klippe überarbeitet werden sollen und nun gibt es ein paar News dazu. Für die eine Map ist es vielleicht ein bisschen weniger was wir hier zu sehen bekommen zum Beispiel bei Prokhorovka aber zum Beispiel bei Klippe gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Machen wir der Reihenfolge nach Prokhorovka wir sehen hier die Minimap und ich lese noch mal das aus dem Text vom letzten mal vor aus dem letzten Video ich verpacke euch auch das Video vom letzten mal noch mal in die Beschreibung beziehungsweise in die Infokarte damit euch die ursprünglichen Änderungen auch noch mal angucken könnt. Das ganze ist wie gesagt super Test und deswegen ja gibt es da verschiedene Änderungen beziehungsweise ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Aber Prokhorovka. The hill was reworked because of a strong imbalance in favor of the lower base team on this front. Also der Süden hatte einen starken Vorteil. There was an ability to easily spot the team pushing the hill and shoot at players from the center of the map. Consequently the following changes are made. Das sind die Infos vom letzten mal. Wir sehen also auch dass diesmal wieder die Stelle hier am Hügel eine Rolle spielt und das außerdem diesmal aber auch hier drüben diese Stelle auf der zweier Linie die hier auch jetzt zufälligerweise mit zwei markiertes eine Rolle spielt. Wir sehen das ist der Bereich im Hügel wie er aktuell aussieht und hier sehen wir jetzt noch mal die Überarbeitung. Das ist also diese Kuhle die wir hier finden die ist also deutlich vergrößert wurden und das heißt es ist natürlich jetzt schwieriger hier oben ranzufahren zu spotten und dann auch wieder sich zurückfallen zu lassen weil einfach die Kuhle tiefer ist und ich vermute auch dass man hier mit Panzern die 10 grad Gandhi Preston haben auch nicht mehr so gut klarkommt. Also von daher ist die Position zwar wenn man einmal drinnen steht zwar nett aber wenn man aus der Position heraus arbeiten will wird es auf jeden fall deutlich schwieriger wie wir sehen. Der zweite Punkt der diesmal angefasst wird ist wie gesagt hier drüben diese Stelle von der man ja von beiden Seiten eigentlich als Scout ganz gut reinfahren kann. Gerade so ein flaches Teil wie der LP 432 kann hier zum Beispiel sehr gut arbeiten oder auch Mediums mit einem starken Turm. Wenn man einmal hier drin ist ist es schon relativ schwer vom Gegner halt aus beiden Richtungen da raus zu gehen. Da kann eigentlich bloß die Arti einen guten Job machen. Man wird aber auch relativ einfach hier gespottet. Aktuell sieht diese Kuhle so aus und überarbeitet sehen wir schon sie wird abgeflacht. Im Grunde das gleiche was wir auch an der ersten Position sehen. Die Kuhle wird tiefer gemacht. Damit ist es zwar ganz nett wenn man einmal da drinnen steht aber man muss schon deutlich mehr raus fahren. Man kann also ja man verliert mehr Geschwindigkeit weil einfach der Weg nach oben weiter ist und vermutlich ich gehe davon aus wird man hier noch mehr Gandhi Pression brauchen um von dieser Ridge Line und von der anderen Seite gehe ich mal davon aus auch dort halt arbeiten zu können. Das heißt von dort auch Schaden zu machen. Es ist also nur noch eine Scout Position und die Möglichkeit von hier aus Schaden zu machen wird dem Ganzen ein bisschen genommen. Natürlich kann man immer noch Schaden machen indem man weiter hoch fährt aber wie gesagt hier kann man zwar scouten aber man geht auch selber immer auf dabei oder sehr sehr oft und dementsprechend wenn man hier zu weit hoch fährt bekommt man natürlich Schaden von den TDs die hier auf der Linie stehen oder von den anderen Panzern und dementsprechend ist es halt nur noch eine Scout Position aber zum Schaden machen vielleicht nicht unbedingt mehr so gut geeignet. Bei Klippe sind die Änderungen die wir auch schon im ersten Video gesehen haben sehr sehr vielfältig beziehungsweise betreffen sehr viele Stellen der Karte. Anders als bei Prokhorovka wie wir das eben gerade schon gesehen haben beziehungsweise wie wir es auch im ersten Video gesehen haben wo es ja hauptsächlich eigentlich um den Hügel geht. Hier sehen wir noch mal die Minimap die Übersicht welche Punkte es betrifft. Die Bilder die wir heute sehen werden nicht noch mal alle Punkte abdecken beziehungsweise wird auch der Punkt 13 dazu kommen den werden wir uns gleich noch anschauen. Die Beschreibung die Wargaming uns damals bei dem ersten Supertest Info gegeben hat war relativ simpel. The lower team has a slight advantage over the upper team. Also dieses Team im Süden hat einen leichten Vorteil gegenüber dem nördlichen Team. Ja sie wollen das mit sehr vielfältigen Sachen angehen. Das was wir beim letzten mal gesehen haben war ja zum Beispiel auch den TD Hügel hier zu vereinfachen. Hier zum Beispiel bei der Abfahrt einen weiteren Weg hinzuzufügen damit man einfach schneller hier in den Donut rein kommt. Gucken wir uns die Sachen an die nun in der zweiten Version entweder hinzugekommen sind beziehungsweise die auch noch mal angefasst wurden. Punkt 3 und da habe ich ja beim letzten mal gesagt hier hat sich ja gar nichts verändert. Das werden wir diesmal sehen da wird sich ein bisschen mehr ändern als wir das beim letzten mal gesehen haben. So sieht die Stelle aktuell aus. Wir haben also hier diese Häuser stehen so wie wir es aktuell kennen. So sieht es nach der Überarbeitung aus. Und ihr seht deutlich wie sich die Positionen hier diese Häuser verschieben. Wir sehen auch jetzt weiß ich gerade nicht ob das jetzt einfach nur Einbildung ist aber es ist ein bisschen heller. Ob das jetzt eine große Rolle spielt glaube ich nicht. Wir gucken mal wie sich die Büsche verändern. Hier werden auf jeden Fall Bäume auch weggenommen wie ihr seht. Und hier hinten dieser Busch rechts. An diesem kleinen Haus. Das ist eigentlich das Interessante. Und der scheint aber wenn ich das richtig sehe sich nicht zu verändern. Der scheint also gleich zu bleiben. Von hier aus wenn man von hier hinten ran fährt kann man von hier aus wunderbar spotten. Einerseits was hoch auf den Donut will wenn man schnell genug ist. Beziehungsweise Heavies die an diesem Punkt hier hinten immer aufploppen kann man von hier aus wunderbar spotten. Aber man kann auch mit einem guten Tarnwert wenn man weit genug zurückfährt von hier aus auch Schaden machen. Man muss aber damit rechnen dass man auf der Position gerne auch mal Blindschüsse bekommt. Punkt 4 der dieser mit abgehandelt wird ist hier vorne diese Ecke die man ja auch teilweise von hier aus wenn hier entsprechend gespottet wird auch beschießen kann. Aktuell sieht die Ecke so aus. Überarbeitet wird sie so. Und wir sehen schon hier wird deutlich Felsen weggenommen. Hier wird also viel mehr Platz sein. Es ändert sich aber an der grundsätzlichen Deckung nicht wirklich was. Was hat das aber für eine Veränderung? Und die ist wichtig. Die Fahrzeuge die von Norden kommen und auf den Donut hoch wollen sparen sich hier halt ein paar Meter. Die können halt jetzt hier lang fahren. Damit ist der Weg ein Stück kürzer. Und wenn das nur eine Viertelsekunde bringt oder eine halbe Sekunde, dann ist das auch schon mal was wert. Denn sie müssen nicht mehr den weiten Weg hier außen drum herum fahren. Also ihr seht schon das wird hier deutlich besser machbar. Und so wie es aussieht wird auch der Felsen flacher. Und damit wird es eventuell einfacher sein für die Artillerie weiter hier hinter zu wirken. Also einerseits wird die Anfahrt für den Donut einfacher. Andererseits wird es hier aber auch schwerer für die Fahrzeuge, die hier später kämpfen, also für irgendwelche starken Heavys, sich wieder gut zurückzuziehen. Wenn man einmal hier vorne gespottet ist, muss man den ganzen langen Weg hier hinter wieder Deckung fahren und kann die ganze Zeit hier beschossen werden. Das kann also auch ein Nachteil werden. Hier hat man immer noch so ein bisschen den Felsen. Also muss man mal sehen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall wird die Auffahrt für das nördliche Team auf jeden Fall damit kürzer in den Donut rein. Als nächstes haben wir Punkt 5 und das ist die Stelle hier oben. Das ist also für das südliche Team, wenn es in den Donut reinfährt, hier die Stelle, wo man halt hier in die Mitte wirken kann. Aktuell sieht die Position so aus und so soll sie nach der Überarbeitung aussehen. Es ist also, wie ihr seht, wird der Felsen hier ein bisschen vorgezogen. Hier wird so eine kleine Kuhle geschaffen. Ob man da sich wirklich komplett drin verstecken kann, ohne aus der Mitte halt Damage zu bekommen, das muss man mal noch sehen. Ansonsten wird halt hier ein bisschen mehr Deckung geschaffen. Man muss halt weiter vor. Ob das hilft? Ja, das sind so drei, vier Meter, wenn das hinkommt. Aber es kann dazu führen, dass man weiter reinfahren muss, also dass man quasi mehr hierhin muss und dass es deswegen einfacher wird, hier von der 7 oder von der 6 diese Fahrzeuge hier zu bewirken. Der nächste Punkt ist auch die 6. Das ist hier diese mittlere Position für das nördliche Team. Die sieht aktuell so aus und die Überarbeitung ist jetzt so. Wir sehen, hier entsteht ein kleiner Hügel. Man kann hier also ein bisschen besser Hold-Down stehen und ist besser vor den Schüssen hier aus dem Donut geschützt. Voraussetzung natürlich, man hat eine entsprechende Panzerung am Turm. Das Ganze ist aber auf jeden Fall ein bisschen besser spielbar. Gerade hier diese Position. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist Punkt 7. Das ist quasi die rückverlagerte Position hier hinten, also hinter der 6. Die sieht aktuell so aus. Wir haben hier also einen Stein stehen und wir sehen schon, dieser Stein verschiebt sich und er wird auch größer, bietet also deutlich mehr Deckung. Einerseits vor Beschuss aus dem Donut und wenn man von dort keinen Beschuss bekommt, dann vielleicht aus der anderen Richtung, wohinter man sich dann verstecken kann. Nächster Punkt ist Punkt 8. Und das ist im Prinzip die Auffahrt zum Donut für beide Seiten. Die sieht aktuell so aus. Und überarbeitet, sehen wir schon, fällt hier dieser Bereich weg. Es wird also vermutlich schwerer sein, sich hier droppen zu lassen, wenn ich das richtig sehe. Wir sehen auch hier nochmal, wie hier der Bereich von den Felsen entfernt wird. Also wirklich der Weg vom nördlichen Team wird kürzer sein, hier hinzukommen. Ansonsten hier werden ein paar Steine versetzt. Naja, nicht so richtig. Er wird ein bisschen, entweder ist das der Schatten oder wird der Stein ein bisschen höher? Ich glaube der Stein hier wird, ne er wird flacher, Entschuldigung. Er wird flacher. Also das ist, wie es vorher aussieht. Das ist, wie es jetzt mit der Überarbeitung aussieht. Also der Bereich hier fällt weg. Und hier die Anfahrt wird halt besser. Dafür wird die Anfahrt aber hier auf der, für das südliche Team ein Stück minimal länger. Wir sehen das hier. Der Felsen wird ein Stück vorgeschoben. Also wir sehen schon, der Vorteil für das nördliche Team, also was heißt Vorteil? Es wird dem nördlichen Team ein kleiner Vorteil gegeben. Oder die Anfahrt wird einfach verkürzt, damit vermutlich beide Teams zur gleichen Zeit hier ankommen und dann am Ende wirklich das Team gewinnt, was den Shootout halt gewinnt. Der nächste Punkt ist die 13. Alle anderen Punkte, die wir hier drin haben, die bleiben im Grunde so, nehme ich mal an, wie sie jetzt in der ersten Version getestet wurden. Die sind halt immer noch mit drauf auf der Minimap, sind aber hier nicht nochmal extra erwähnt, weil sich dort scheinbar jetzt nichts weiter ändert. Aber hier hinten Punkt 13. Den hatten wir beim letzten Mal nicht. Und hier wird nochmal eine sehr interessante Verteidigungsstellung für das südliche Team geschaffen. Beziehungsweise wenn das nördliche Team durchgerusht ist, wird das hier auch eine gute Angriffsposition auf die Südflanke des südlichen Teams sein. Also wenn der Norden hier reinfährt, dann kann er hier auch wunderbar in Richtung 10 oder auch hier auf den Camperhügel Schaden machen. So sieht die Position aktuell aus. Wir kennen das ja. Hier hinten kann schon mal jemand drüber pieken und hier hinten dann auf den TD-Hügel schießen. So sieht das Ganze jetzt nach der Überarbeitung aus. Und wir sehen schon, das ist einerseits natürlich eine Verteidigungsposition für das südliche Team, aber man muss erst mal außen herumfahren. Es ist also auch eher eine gute Angriffsposition, wenn der Norden hier durchgepusht ist, weil hier halt wie gesagt zu ist und das südliche Team erst mal außen herumfahren muss. Man kann hier diese Steine wunderbar als Deckung benutzen, um dann die 10 zu bewirken, die ja hier quasi rechts unten steht. Beziehungsweise dann von hier aus auch den TD-Hügel versuchen zu spotten, beziehungsweise gegen ihn zu kämpfen. Hier noch der Bereich quasi aus der anderen Richtung. So sieht es aktuell aus. Man kann natürlich von hier aus Richtung Mitte wirken, aber man hat hier keine wirklich gute Deckung. Und so sieht das Ganze jetzt nach der Überarbeitung aus. Und ihr seht schon, man hat hier harte Deckung, hinter der man sich verstecken kann. Man kann in die Mitte wirken, man kann aber auch versuchen, hier links dann Richtung TD-Hügel zu arbeiten. Also schon ein paar interessante Änderungen. Die Frage ist jetzt, ob sie vielleicht nicht sogar zu weit gehen. Also das nördliche Team hier nicht in eine zu starke Position jetzt bringen, aber es ändern sich halt hier schon einige Details auf der Karte. Und ich bin schon sehr gespannt, wann das kommt und wie gut es dann auch spielbar sein wird. Die dritte Map, die wir hier ja haben, ist Ruinenberg. Und auch da sind die Änderungen sehr vielfältig und konzentrieren sich aber, oder haben sich bisher eher auf den Stadtbereich konzentriert. Wargaming hat beim letzten Mal ja geschrieben, a growing imbalance in favor of the lower team is observed on this map. Also das südliche Team hat einen Vorteil. As a result of the analysis of gathered statistical data, we want to check the following changes, that are aimed at balancing the positions for the upper team. However, we want to preserve the usual battle pattern and not make it absolutely symmetrical. All changes generally affect the city. Und auch hier werden wir jetzt nicht alle Änderungen nochmal besprechen, die wir beim letzten Mal gesehen haben. Es ändern sich halt ein paar neue Sachen und es beschränkt sich nicht mehr auf die Stadt. Wir sind also hier Punkt 9. Aber wie gesagt, zur Erinnerung, das südliche Team hat einen Vorteil. Und die Änderungen, die wir gesehen haben, hier oben die 1 wird aufgemacht. Wir haben eine Gegenposition zu dieser Position hier auf 2. Diese Kirche, da geht jetzt ein Weg durch, wo ich ja beim letzten Mal gesagt habe, naja, naja, ob das jetzt noch so realistisch ist. Die Punkte 4, hier die Ecken sind besser spielbar und hier an 5 und an 6 hat man ein paar mehr Vertiefungen, wo man sich reinstellen kann. An Punkt 7, der Panzer wird hier verändert. Alles das haben wir beim letzten Mal gesehen. Und diesmal geht es halt um 8.2 und 8.1 und um Position 9. Sehen wir also uns mal die 8.1 und 8.2 an, wie sie aktuell aussieht. Und da wissen wir ja, dass das südliche Team hier natürlich einen Vorteil hat, weil die Lights können von Süden reinfahren, hier in diesem Bereich, und können die ganze Freifläche einerseits spotten. Aber wenn sie einen guten Turm haben, also ein schneller Medium da vielleicht reinfährt oder halt so ein LP drinne steht oder mit einem T100 LT zum Beispiel auch, flacher Turm, sehr bouncy. Der kann hier drinnen stehen, Damage machen und kann sich auch wieder in Deckung zurückziehen beziehungsweise die Leute bauen es dann halt an seinem Turm, weil er halt auch nur ein sehr kleines Ziel bietet. Das ist das Problem, weil das nördliche Team hat diese Gegenposition nicht. Man muss als nördliches Team in den Bereich hier reinfahren und das ist ein deutlich weiterer Weg, wie ihr seht. Also man kann hier nicht einfach so schwupps reinfahren, sondern man muss ja die Kurve fahren, verliert Geschwindigkeit und ehe man hier ist, hat man höchstwahrscheinlich schon sehr viel Damage vom südlichen Team gefangen. Das wird jetzt geändert. Ihr seht, das Ganze wird aufgemacht. Nicht nur hier in dem Bereich, sondern auch hier diese Position wird es quasi Gegenposition geben. Also das Ganze wird für beide Seiten fairer. Wir sehen hier die Fahrwege der beiden Teams. Also es gibt quasi identisch wie für das südliche Team jetzt auch diese Position für das nördliche Team, wo man reinfahren kann. Also damit wird auch die Freifläche deutlich fairer. Gucken wir uns den Punkt 9 an und das ist hier diese Ecke an diesem Haus und die sieht aktuell so aus. Man kann hier also ranfahren, geht eventuell Proxy auf, hat hier aber eine harte Deckung, mit der man halt in die Mitte wirken kann. Das Ganze wird ein bisschen abgeschwächt, wie ihr seht, denn hier wird diese Mauer, also dieser Schutthaufen quasi reingesetzt, damit man sich hier nicht mehr so gut zurückziehen kann und auch komplett safe steht. Und wenn man das richtig sieht, der Schutthaufen wird auch minimal flacher und damit kann man nicht mehr komplett die weiche Wanne vielleicht verstecken und ist halt besser aus der Mitte heraus treffbar. Das sind die Änderungen für Ruinenberg. Wir sehen also, Progorowka und Ruinenberg sind deutlich überschaubarer, was jetzt in der zweiten Version nochmal neu hinzukommt. Da ist halt die Änderung auf Klippe auf jeden Fall deutlich umfangreicher. Was sagt ihr zu den Änderungen? Findet ihr sie interessant? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vor allen Dingen auch solche Positionen wie hier. Ob ihr das gut findet, dass jetzt auch das nördliche Team quasi diese Gegenposition bekommt. Lasst es mich wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer hier auf YouTube, die Kanalmitglieder oder drüben auf Twitch. Meine Subs, das sind Parsifal, Kulde, Ködö, Eimendal und Xynam und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.